Jo, willkommen zu einem neuen Video, naja, nicht wirklich ein Kochvideo, aber der Vogel ist jetzt hier mariniert, wie man sieht, schön in Öl, Salz, Meersalz, Paprikapulver und schwarzer Pfeffer und vorher habe ich den noch gewürzt mit Barbecue-Gewürz. Äh, Winzene hier. Mit dem hier, mit dem habe ich das vorher noch gewürzt. Den Forel habe ich natürlich vorher auch noch gewürzt mit mehr Salz. Schon fast alle. Äh, ja, also der Forel kommt jetzt gleich mit der Hautseite in die Marinade und dann kann der bis morgen durchziehen und marinieren und dann geht der morgen in den Ofen. Ähm, so sieht das Ganze dann aus. Jawohl, ja.